Camp Chef Deluxe Deo 14 Dutch Ofen Der neue Trend im Freien zu kochen, bekommt mit einem Dutch Ofen eine ganz neue Dimension, denn hier können leckere Gerichte in einem Topf zubereitet werden, die garantiert saftig und zart werden, bedingt durch die schonende Garweise. Das macht das Kochen zum Erlebnis im Freien. In diesem Video geht es um den Dutch Ofen Deluxe Deo 14 von Camp Chef. Dieser Deluxe Dutch Ofen wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Er ist komplett aus Gusseisen gefertigt. Der Deckel schließt einwandfrei ab und gewährleistet damit ein gutes und gleichmäßiges Kochergebnis. Durch die bei der Produktion vorbehandelte Oberfläche ist dieser Ofen sofort einsatzbereit und einfach zu pflegen. Die spezielle Oberflächenstruktur bietet eine optimale Hitzeverteilung und Hitzespeicherung, was garantiert, dass alle Speisen sicher gelingen und sehr aromatisch zubereitet werden können. Das Fassungsvermögen beträgt ca. 9 Liter und ist praktisch, wenn Du auf der Gartenparty Deinen Gästen mal etwas anderes bieten möchtest, als das normale Standardgrillen. Hier können die Gerichte geschmort, gekocht und auch gebacken werden. Der tiefe Topfdeckel kann als Pfanne und auch als Servierplatte verwendet werden. Die Temperaturkontrolle kann vorgenommen werden, ohne den Deckel anheben zu müssen. Das verhindert den Hitzeverlust im Topf. Mit dem mitgelieferten Deckelheber kann der Deckel problemlos angehoben werden, ohne sich zu verbrennen. Das Gesamtgewicht dieses Dutch Ofens beträgt inklusive Deckel ca. 11 Kilo. Das Garen mit dem Dutch Ofen ist eine faszinierende Erfahrung. Der würzige Geschmack der im Dutch Ofen zubereiteten Speisen erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Das sagen auch die Amazon Kunden, die diesen Dutch Ofen bereits ausprobiert haben. Hier wird die wirklich hochwertige Qualität hervorgehoben und die großartigen Garergebnisse gelobt. Der Preis ist bei diesem Topf zwar etwas höher als bei anderen Dutch Ofen, aber die hervorragende Qualität aus den USA hat halt seinen Preis, aber der Unterschied ist schon zu erkennen. Bei Amazon erreicht dieser Dutch Ofen von Camp Chef eine Kundenzufriedenheit von 4,7 von 5 möglichen Staren bei über 30 abgegebenen Bewertungen. Um dieses Angebot zu prüfen, musst du einfach auf den Link unterhalb dieses Videos klicken und der nächsten Gartenparty mit einem besonderen Essen steht nichts mehr im Wege.